Sie hören Old Bones, die Toten von Roswell, von Douglas Preston und Lincoln Child, aus dem Amerikanischen von Michael Bentak, gelesen von Tanja Geke, ein Hörbuch des Argon Verlags. Langsam breitete Dr. Marcel Weingrau, Leiterin des Archäologischen Instituts Santa Fe, ihre Hände auf dem polierten, wuchtigen Schreibtisch aus. Genauso langsam streckte sie anschließend die Hand nach einem schmalen, braunen Aktendeckel aus, den sie mit überaus gepflegten Fingern zu sich heranzog. Selbst die einfachsten Bewegungen wirkten, wie Nora bemerkte, als seien sie genau geplant. Doch Nora hatte sich daran gewöhnt, seit Weingrau die Ernennung zur Leiterin angenommen hatte, und ihr war auch bewusst, dass solche Inszenierungen kein Grund zur Sorge waren. Jedenfalls nicht zwangsläufig. Jetzt lächelte Weingrau ein breites, freundliches Lächeln. Ich habe sie heute Morgen hierher gebeten, weil sich uns unverhofft eine großartige Chance bietet. Ein wundervolles neues Projekt, eine wirklich außergewöhnliche Gelegenheit. Connor und ich möchten gerne, dass Sie es leiten. Ein Gefühl der Erleichterung durchflutete Nora. Ihr war nicht ganz klar gewesen, warum sie heute Vormittag ins Büro der Institutsleiterin zitiert worden war. Seit sie im Oktober bei einer Beförderung übergangen worden war und Conor Digby, der neben ihr saß, die Stelle bekommen hatte, unterhielt sie eine distanzierte, sorgfältig abgestimmte Arbeitsbeziehung zu Weingrau. Noras und Digbys Büros lagen nebeneinander, und obgleich er ein guter Archäologe wie auch ein eher unauffälliger Bursche war, war das Verhältnis zu diesem unerwarteten Chef von Anbeginn kompliziert. In dem halben Jahr seit Digbys Beförderung hatte sich Nora bedeckt gehalten und auf die Arbeit konzentriert und vergeblich versucht, ihren Groll über den Verrat zu überwinden. Nicht, dass ich ein unangenehmes Thema ansprechen möchte, fuhr Weingrau fort. Aber ich weiß, dass sie enttäuscht waren, nicht den Posten der Chefarchäologin zu bekommen. Sie haben herausragende Arbeit für das Institut geleistet und uns die so dringend benötigte positive Publicity verschafft. »Tatsächlich ist dieses neue Projekt das unmittelbare Ergebnis davon.« Dreimal tippte sie mit einem ihrer roten Fingernägel auf den Aktendeckel. »Vielen Dank«, sagte Nora. »Das Projekt unterscheidet sich möglicherweise ein wenig von denen, die wir normalerweise durchführen, auch wenn es durchaus im Bereich unserer archäologischen Mission liegt.« Nora wartete ab, um mehr zu erfahren. Dass Weingrau diese Worte wählte, schmeichelnd und heiter, das passte gar nicht zu ihr. Ihre Arbeit bei der Lokalisierung und Bergung des Schatzes am Victorio Peak hat die Aufmerksamkeit eines bekannten Geschäftsmannes und potenziellen Sponsors, wie ich hinzufügen könnte, erregt, der die treibende Kraft hinter diesem spannenden Projekt ist. Nora wurde ein wenig mulmig zumute. Wieso trug Weingrau derart dick auf? »Der Mann heißt Tappen, Lucas Tappen. Vielleicht haben Sie schon von ihm gehört?« Nora hielt inne. »Ist das nicht der Mann, dem dieses Raumfahrtunternehmen gehört? Icarus? Meinen Sie den?« »Ja, genau den. Tappen ist vor allem als Gründer von Icarus Space Systems bekannt, aber sein Hauptinteresse gilt der Windenergie. Die Raumfahrt ist eher eine Nebenbeschäftigung. Beides sind ehrenhafte Geschäftsfelder, wie ich hinzufügen könnte. Zudem ist er ein wohlhabender Mann.« Wieder ein breites Lächeln. Nora nickte. Er war nicht nur ein wohlhabender Mann, sondern Milliardär. »Nicht nur hat uns Mr. Tappen einen sehr faszinierenden Vorschlag unterbreitet, sondern zugleich eine größere finanzielle Zuwendung in Aussicht gestellt. Conor und ich haben das Ganze erörtert und die Zustimmung des Vorstands erhalten.« Nora fühlte sich zunehmend unwohl. Normalerweise mischte sich der Vorstand des Instituts nicht in die Projektvergabe ein. Und warum hatte sie bislang noch nichts von der Sache gehört? »Conor wird sie jetzt in die Details des Projekts einweihen,« sagte die Institutsleiterin. »Okay«, Dickby wandte sich zu Nora um. Er war erheblich nervöser als die coole Weingrau. »Ich weiß, was erinnert vonье«. » »Soft?« »Soft?« Vielen Dank.